Halli hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Paar Troublem in Terrace Town mit den geübten Goten, Nabo, Hallo, dem Flory, Hallo, dem Jojo, dem Echse, Hallo, dem Mr. Wanwar, Guten Tag, dem Snay, Hallo, und dem Reaper, Drecksfade, Jojo. Oh, die letzte Leiter des Parkes rum, die kann man nicht hochklettern. Da kommst du, ich muss jetzt gerade dagegen schlagen, damit ich hochklettern konnte. Dagegen schlagen? Ja, ich hab dagegen geschlagen, da konnte ich hochklettern. Nein, ich hab Fläge runtergeschlossen. Ja, ich hab eine Leiter des Schlagens, da konnte ich hochklettern. Man, wie soll Zweifel von deinem Sein? Ja, okay. Bei mir geht's natürlich auch einfach bei mir nicht. Nee, bei mir hat's vorhin auch nicht gegangen, da musst du ja genau da oben laufen. Die packt nicht rum, aber die muss man sehr genau nehmen. Ich verzweifelt muss man das haben. Ja, wie ist, wie... Nabo, die schießt gerade jedes einzelnen Obststück. Ähm, wir haben mit dem Sireboard redet. Du tötest... Oh, du willst also, dass kein Obst im Haus ist? Mord! Nabo hat jemand getötet, den wir kassieren sollten. Das war Snay, das war Snay. Ja, der ist gut hochgekommen. Die ist ja die gewonnen. Wer ist denn das jetzt? Snay. Ich Snay. WTF, Simon? Nabo, kommst du für uns zu denen, Marietus? Ich hab nie getötet. Also das ist ja unfassbar hier. Wer war Inno? Also Jujo, was sagst du zu deiner Verteidigung? Er hat einen 6 Sekunden hochgeguckt. Ähm, ich komm hier raus, liegen hier Leichen. Ja, das sind ähm... Nun ja. Ja, der ist im Haus. Bananenbombe, Bananenbombe. Nabo, glaub ich. Ja. Reeper ist unglaublich, oder? Hier, hier bei mir im Haus ist der Tee. Hier oben, der hat die Bananenbombe geworfen. Da geh du doch selber hoch. Ja, das ist, glaub ich, Jojo gewesen. Jojo kam doch auch aus dem Deathringer. Ja, ich glaub auch, das ist Jojo gewesen. Ja, der kam doch auch aus dem Deathringer. Der war Inno. Das ist Reeper. Mein Gott. Nee, aber Snay war doch im Deathringer. Oder nicht? Nee, Snay ist doch dortig am Headshot gegeben. Weiß ich ganz genau, ich war ganz genau auf dem Kopf. Okay. Reeper ist der Tee. Der rennt da oben im Paustrum. Und dann sind wir ja schon längst wieder aufgetaucht. Der ist da oben. Soll ich ein Deathringer sein. Nice. Darf ich doch. Wo muss er denn stehen, damit die Illuminati-Verlage probiert wird? Oben auf dem Wald? Ey. Egal wo man absteht, nur auf dem Dreieck, oder was? Ja. Okay, gut. Einfach Dich. Ach, man muss sich auf das Dreieck stellen? Simon, standst du neben mir im Event? Nein, musst du nicht. Aber die Leute, die oben auf der Mauer sind, werden dort hinterfaktiert. Ah. Ich bin genau gerade hochgekommen und auf einmal da 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 da. Ja, aber das war genial. Wir haben zusammen in der Illuminati-Falle gesteckt. Das war so. Also ich hab ja auch den Nacken in der Daffung. Magenus, Magenus. Aber ich glaub, wir hätten uns noch befreien können, dann wären wir nicht gestorben, oder? Nein. Schlag in den Nacken. Soweit ich weiß, stupst du da hundertprozentig. Was ist denn da hier? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Da ist ein Feuer! Wer auch immer nach oben ist! Ich glaub, die Gämer, woher kommt es dem jetzt nicht mehr. Der Gämer wird uns die Videos sperren. Kriegen wir einen Brief von den Illuminaten, die da schreien. Ja, ja. Direkt von den Illuminaten. Aber ohne Spaß. Wer ist gerade im Nacken geworden? Ihr wollt den Illuminaten-Anführer? Den kann ich euch besorgen. Nein! Was? Kannst du dem Illuminaten-Anführer besorgen? Nein! Ich wollt die Mundi zum Wechseln. NARVO ist! NARVO! NARVO! NARVO ist! Eigentlich. Aber sie hat sich glaub ich... Oder irgendjemand hat sich als NARVO getarnt und ist jetzt irgendwo hoch. Dann ist es bestimmt Exe. Ich bin grade bei Cyberbot. Hä, ich bin schon wieder Täter? Oder immer noch? Ich weiß das grad gar nicht. Jemand ist als NARVO getarnt. Ja, jetzt müsste jemand nach seinem Tod als NARVO getarnt haben, oder nicht? Ahhhh. Ich weiß jetzt, da ist jemand... Wo ist NARVO denn gestorben? Lorie? Die ist da gestorben. Auf dem Dachboden in dem Haus. Lorie? Du machst dich grad sehr verdächtig. Okay, auf dem Dachboden in dem Haus. Detektiv? Ja. Wie, jetzt hast du jemanden gesehen, der als NARVO da rausgerannt ist, oder was? Detektiv untersucht. Ich bin mal ganz genau sicher, dass jemand nach NARVO da rausgerannt ist, aber NARVO ist tot. Der Herr. Für mich ist Flory grad sehr verdächtig. Ich meine Call nicht confirm. Hallo, wenn ich das nicht sagen würde, dann würde ich mich ja noch verdächtiger machen. Hier in Wann war und in Wann war. Warte, wo denn? Ach, dazu muss ich die Leiter nehmen. Ach, das ist ja der Wahnsinn. Hey, ich hab das Dreieck gefunden. Wenn ich tot bin, ist es hier wohl. Wenn ich tot bin. Hey. Snail ist es. Snail ist es oben auf dem Nachboden. Ja, die Leiter ist kompliziert. Warte, warte, ich bin hier grad hochgekommen. Snail hat sich wegteleportiert. Snail hat sich wegteleportiert. Wo ist die Leiche hin? Der hat einen Deadwinger und hat sich wegteleportiert. Ach, jetzt ist die Leiche da unten. Das ist ja der Knüller. Snail hat sich wegteleportiert. Okay. Das ist ja der Knüller. Ja, der ist tot. What? Guck mal. Oh fuck. Scheiße. Naja, Alter Echse, ich gebe dir Tipp, ne. Wenn du das machst, dann enttarn dich vorher. Ich hab gar nicht gewusst, dass deine Identität ist. Oh mein Gott. Das war jetzt schon ziemlich, also. Oh mein Gott. Ja. Also. Wann war kein Deadwinger? Äh, kein, äh, Fade. So, verkackst nicht nochmal, Mann. Ja, ich brauch nur ne Waffe. Da oben liegen doch überall Waffen. Dort liegt noch ein Tegel von dir. Ja, der bessere, okay. Dort liegt noch dein, dein, dein Disguiser und zwei Tegel. Jo, die Kornmaschine. Geht grad ab. Ja, die geht grad ziemlich ab. Tut mir leid. Oh mein Gott. Du hast gerade den Degel wiederbelebt. Sag mal, wo ist der Disguiser? Ey. 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 Ey, ey. Ey, ey. Ichin' lebe. SORRY! Ich habe ein Med-Kid. Danke. Nein! Mann, Engel! Oh, pfff! Wir haben uns trotzdem getroffen! Mann, Engel! Nee, nee, Regnerita. Das ist ein sehr schönes Teamplay! Ja! Ihr müsst mal mehr Tabs drücken und nachschauen, weil Jojo... Ja. Ich hab das in mir nicht ganz verstanden. Ach man, mein Trick hat... Und Cybert hat noch gesagt, dass AC wieder bin ich fahrt. Ich hab auf Cybert geschaut, warum ein Jojo rumgepannert hatte. Ich hab auf Cybert geschaut, weil er meinte, hier, du hast nochmal eine Chance verkackt. Hab die voll ausgenutzt. Ich hab ihn jetzt nahe wo raus. Hab die abgelegt, hab dann Snays Identität gelegt. Ja, gut. Dann war Cybert derjenige. Ja, sorry, dann hab ich Jojo falsch abgeschaut. Dann hab ich Snays abgeschaut. Tut mir leid, Weeper, ich hab ihn auf dich geschossen, weil... Ja, ja, sorry, hab ich nicht gehört. Auf mich hätte keiner geschaut, wenn die Snays Identität abgelegt hätte wieder. Das war so blöd, ich hab sie geclouched, als er noch am Leben war und hab's deswegen vergessen. Ja, ja, ich hätte nie auf Exe geschossen, aber auf Snays, das war... Ach, das ist das? Das ist der Mad Creeper. Ich sag so, ey, der fail war so dumm. Eigentlich schon, ja. Oh, Ripper. Oh, Ripper. Oh, Ripper. Oh, Ripper. Okay, was hast du da gemacht? Der stand rum für 5 Sekunden oder so. Ja, vielleicht hat er sich gerade gejuckt. Gejuckt ist schon jemand. LOL. Wo ist Jujo hin? Wann war? Komm mal rein hier. Ripper ist es? Dieses Ding ist da. Ja. Wenn du auch rein gehst, das schlägt sich. Komm, komm, komm mal her. Warum hast du den nicht confirmed, Cyberbot? Du hast ihn doch schließlich gedudelt. Wenn ich stabes Jujo, wenn ich stabes Jujo, wenn ich stabes Jujo, wenn ich stabes Jujo. Was hab ich? Nee, ich stabes Jujo, wenn ich stabes Jujo, wenn ich stabes Jujo. Nee, ich stabes Jujo, wenn ich stabes Jujo, wenn ich stabes Jujo, wenn ich stabes Jujo. Ja, Jujo war gerade bei mir aber. Okay, danke. Okay, Flo, ich stehe jetzt mit auf die Traderfalle drauf. Ja, du stehst aber auf einer Traderfalle drauf, das macht dich verdächtig. Machen wir das freiwillig schon. Ich stehe auf meine Traderfalle drauf. Ja, das ist die Tatefalle, ich würde da nicht langlaufen, wenn ich du wär. Ja, das ist wahr. Das macht dich verdächtig, weil wer würde sich freiwillig als Inno darauf stellen, wenn die Falle schon 10 mal aktiviert wurde. Das ist wahr. Es wäre doch völlig egal, ob sie aktiv wird. Na wo? Ich hab gerade einen Trader umgebracht. Ach du, hast du lieber umgebracht. Okay gut. Ich wollte schon fragen, was da oben rum? Das war eine Disco. Warte, 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 warte! Okay, war nur eine Disco! Du stehst aber auch auf der Traderfalle. Schließt aber auch auf der Traderfalle. Nein, ich geht nicht, da! Du stehst auf die Traderfalle. Ich stehe jetzt in dem Dreieck. Wie finden sie die Traderfalle? Hä? Wo fliegt denn der Snail denn? Ich stehe jetzt in dem Dreieck. Das ist auch so gut. Völlig losgelöst. Guten Tag. Guten Tag. Oh, Zölker! Was machen Sie hier? Ich steh hier und beobachte die Lage. Okay, dann berüsten Sie mal. Ich bin am Vogelbeobachten. Da drüben war gerade ein Steinadler. Der ist aber schon wieder weg. Da drüben ist ein Nest, glaube ich. Und unten läuft ein Mr. Wanwar. Der denkt sich wohl gerade hin. Scheiße, wo bring ich den nächsten? Normals Traitor? Ich weiss, doch anfangs hast du immer Mr. Wanwan gesagt. Wanwan. Besser als wenn englische Leute in meiner Mausperin sagen, Wunderbar. Wollen Sie sich aufs Haus nicken? Ja, von mir beschissen. Sag mal, wer ist denn D-Turn? Snay. Der Snay. Der Snay. Der und kein anderer. Ich dachte, das Snay. Okay, da hat jemand mit der Diegel geschossen. Äh, selber was? Warum ziehst du so? Ich bin der Obachter. Was ist n' Zietzen? Ich hab... Was zieht's ne? Komm, komm mit Navo. Ich teleportier mich weg. Ich bin ein Traitor. Navo. Ich bin ein Traitor. Ich teleportier mich weg. Da drüben ist noch ne Mellemeine, oder? Tschüss. Äh. Na, Flori, wir zwei folgen. Ich hab mich wegtelefoniert. Den Traitor raus. Navo, Traitor, was soll denn das? Ja, okay. Immer dieselbe Scheiße. Lol. Ja, niemand ist... Niemand von den... Ja, hi! Hey! Lass mich doch in Ruhe! Ich dachte... Ah! Was ist denn jetzt passiert? Snay, warum schießt denn du auf mich? Ja, dann musst du Traitor sein oder nicht. Snay, Steater. Vanva! Ja, die schießt einfach auf mich. Tee! Vanva? Ja? Ich hab's bemerkt, dass du Tee bist, ne? Snay, wo bist du? Der ist tot! Den hat er gerade umgebracht, Vanva! No, da ist er noch! Oh mein Gott! Puh! Warum schießt ihr mich denn an, ey? Ich wollte gerade die Identität mal hören. Sorry, war der falsche. Ich dachte, du wär's gewesen. Spaß! Bin ich ja auch nächstes Mal Traitor? Du bist wirklich Traitor? Wann war er? Du hast mich gerade wiederbelebt, oder? Ja. Ja, lol. Egal, wo du mich wiederbelebt hattest. Ich hing dann auf einmal in den Nachbarn drin. Und die Baller sind auf die Stange tot. Ja, ich hab das auch gemerkt. Du warst plötzlich weg und sofort tot. Ja! Ey, ich guckste heute noch her, und räuscht denn mein Traitor wieder auf? Nur noch ein bisschen auf Namen eingeschlagen. Mehr konnte ich ja nicht tun. Ja, ja. Boah, nee, ey. Ich wollte nur die Tür aufmachen, und damit mal stand jemand in mir. Das war irgendwie komisch. Das war irgendwie komisch. Das ist richtig böse. So, jetzt bring ich Navo um, wie letztes Mal, zack, und dann ist wir alle still. So, hat keiner gesehen. Wir haben hier die ECR geworfen, wenn dieses... Nee, tschüss, hat keiner gesehen. Na, wo liegt der oben tot? Das weiß keiner. Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. was sagen Sie dazu ich bin hier gleich tot, das weiß ich jetzt schon, guck mal was hier oben ist also Sie machen das Reichsgebrauch, Sie schweigen vielen Dank Frau Woka Lass da noch mit Exe machen Lass ihn noch verschonen, aber wenn er das noch einmal macht, dann äh... War das eine Nachricht an dein Täter, Colin? Ich glaube Exe ist tot Ich glaube auch, dass es Exe irgendwie ist Jojo Ja, ja, ja War diese Tür nicht mal offen? Warum gehen Sie jetzt in den bedrungenen Drachen rein? Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber ja Die da zur... Äh, Mannarie Ich glaub's nicht Ja, ne, könnt ihr? Der sich da eben am Porteimär, äh, abgefallen Ach da Ey, Hauptverdächtiger, bleiben Sie stehen Man, Kunner Sneore ist doch der Hauptverdächtige Mein Herr Snail ist doch der Hauptverdächtige Ich hab's hier in der Lambe Ah, ihr brennts, ah und ich hab eine Tabelle, ich hab in der Lambe Ja, das ist ne Trefferfall, das ist ein Trefferfall Ich weiß nicht, es muss reeba rein Es war stored kasih TThe Ey, warte, warte Nein Es war Jojo Hey, hey Na wo? So ich hoffe dieser Falle geht nur einmal ich sehe keine Leiche. Oh da ist jemand tot da ist jemand gestorben Achso ich weiß wo du meinst. Ja komm und beweis es dir. Der hat auch einen Sniper. Der hat mich gerade abgeknallt. Aber Jojo war innocent. So ich überprüfe mal die Leichen die bei dem Hausbrand hier entstanden sind. Nein Cyber geh weg. Oh danke Axel. Ich hab den doch weggeschossen. Der wird dich doch umbringen. Der ist aber inno gewesen. Geh weg. Aha wer ist das? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay Snail ist es schon. Und Headcrap. Habe ich irgendwas verpasst? Oh nein der Headcrap war... Ist der scheiße der Headcrap. Aua! Aua! Äh Nach wo? Ja. Nach am Leben? Ja. Cyber ist vor mir. Aua Aua Hilfe Aua! Besserschön! Nun, äh, der Headcarb ist so gut gesetzt, dass ich aus diesem Haus nicht mehr raus kann. Ich wär mich auf jeden Fall sicher, hier kann ich nicht mehr sterben, also das ist... Oh, das ist ne Tür. Oh, oh, sorry, Nabokka, das wollte ich nicht. Das war ne Schreckreaktion. Hast dich schon getroffen? Ich bleib beim Leben. Nein, ich lebe noch. Achso. Also jetzt fühlte ich mich so sicher, dann kann man die Tür einfach aufmachen. Reaper ist Reaper, sag Diete. Sag Diete, sag Diete, sag Diete, sag Diete. Äh, Reaper auf dem Markt. Das war knapp, Reaper. Nö, hab ich klappt, ich hab mir extra ne Wert zuhören. Ich hab's nicht. Wenn wir sterben, stay on. Wenn ich sterbe, ist es extra oder Reaper. Ich rufe Reaper, wir sind beide tot, waren mal für ne Beileleichen. Hm, wer ist da wohl Traitor? Ja, aber das ist ja ein bisschen spät gewesen danach. Ja, ein bisschen spät gewesen, man. Also hast du doch gehört, aber hast gedacht, nee, ist ein bisschen spät, das ist die Todzeit. Also... Du sagst doch, wir sind beim Hostmann gestorben und wir haben gesagt, es brennt, es brennt, es ist entweder Reaper oder X. Ja, aber nach ner halben Minute vergesst man alles, das muss man ja wissen, wenn man TTT spielt. Entweder Todesschreie oder Verdächtigungen oder irgendwelche Beweise. Ach du scheiße, die Olle hat mich. Ja, den Hausplatz hab ich mich erinnert. Die Olle, das muss Selphien sein. Ja, das muss Selphien sein. Ja, das muss Selphien sein. Ja, aber an dich an die Uhr. Hey. Danke. An das kann ich mich ewig erinnern. Nee, ich hab nix gemacht. Du hast mich getroffen. Guck mir leid. Ich hab nix gemacht. Nein, ich hab gar nix gemacht. Nein, ich hab nix gemacht. Nein, ich hab nix gemacht. Du hast mir das Leben gerettet. Nein, ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Du blöd. Du hast mich nochmal getroffen. Womit denn? Ihr brennt. Du hast mich zweimal geschlagen. Du hast mir 46 Schaden gemacht. Ach, das ist gut. Mal gucken, was haben wir denn hier noch herpasst. Nee, wenn ich jetzt nicht topeln weiß. Nee. Oh, ein Zeug. Oh nein, meine Bohrmaschine. Jo, ich versteck mich jetzt. Au, ich noch. Aua. Ich versteck mich jetzt, Alter. Das versteck angegriffen, oder wie? Nee. Ich hab nix gesehen. Nein. Geh da bitte weg, Snay. Eck, du schieß auf mich. Nee, ich hab nur geschossen, damit er da weg ist. So glaub ich jetzt nicht. Bitte, was sagen Sie dazu? Jetzt geht einfach weg. Du darfst nicht mehr weg. Ähm. Geh da, Orange. Herr Exer, klären Sie bitte den... YOLA! Snayses, Snayses. Der hat Dete hochgejagt. Der hat Dete hochgejagt. Der hat Dete hochgejagt. Der ist hinten beim... Ich komm da nicht mehr hoch, oder? Ich komm da nicht mehr hoch. Ich hatte eh noch 30 Leben. Ich hab dir 50 Schaden gemacht, weil du mir 50 Schaden gemacht hast. Ja klar, du hast die INCI geworfen. Ich hab keine INCI geworfen. Das war eine INCI. Ich hatte mal eine kurze Lüfte der Teeslauen. Dann musst du die... Die wäre aber exakt als 20 Schaden. Die ist voll fies, ne? Wenn die auf 60 Grund gehauen, ne? Ja, die hat mir einfach weggepuncht. Ja, du habe... Hab ich auch schon... Ja, du hast ja auch ein Eis erlebt. Wuuuuh! Oh, er ist tot. Oh, er ist tot. So ein Rohr aus. So ein Rohr aus. Der stirbt für ihr INSTANT. Ja, hast du gesehen. Das ist ein bisschen falsch an, aber okay. Oh, 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 oh. Im Jenseits, wenn ihr in die Eisspalten springt, dann sterbt ihr INSTANT. Ja. Was macht ihr INSTANT? Dann steckt ihr INSTANT keine falsche Art holen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, jetzt sitzt du auf mich schön, gell? Ja, ja, ja. Florian, du bist mir so bei Suspekt nämlich. Weil du mich dann wieder beobachtest. Hast du Schaden, okay? Ja, ja. Ey, wenn ich sterbe ist, ist Cyberbot. Du bist mir zu Suspekt. Du beobachtest mich. Und das ist... Das gefällt mir nicht. Hä? Hä, Florian, was tust du da? Du schwebst davon? Ich hasse. Ja, ey, da ist ein Zei. Da kannst du drauf springen und mit E-Kaltern. Ja, aber bei mir hast du geschwebt, so quasi. Mensch. Ich kann zaubern. Ach du Scheiße, wie dämlich sieht das denn aus? Alter. Die kannst du nochmal machen. Alter, ist das bescheuert. Vor allem, du bist mit dem Kopf teilweise im Seil. Ja, Florian und Wanwar sind da drüben. Und Snae. Hey, ich sehe einen. Der Wanwar ist Wette. Das ist eigentlich hier drüben. Oh, danke. Das ist aber... Warte, ich will es mir dreimal nochmal überlegen, weil jetzt habe ich auch eine Sniper. Ja, toll, Florian, da habe ich Angst vor dir. Auf was ballerst denn du da, Jojo? Hat Cyberbot den gut Sniper? Wie komisch ist das Riesenviech. Wir gucken, ob es an irgendeiner Stelle reagiert. Das glaube ich nicht. Ich habe zuerst gedacht, dass vielleicht einfach nur die Texturgröße gemacht wurde und die Hitbox irgendwo da unten ist, weil es noch klein ist, aber... Nee, wolltest du gar nicht in den Abbruch springen? Kann doch sein, zum Beispiel bei einer CSGO-Map. Naja, er konnte es nicht mehr ertragen, also... Das sind Hühnchen, dem musst du immer auf dieselbe Größe schießen, aber es wird irgendwann immer größer. Oh, okay. Und dann explodiert das halt. Ja, Huhn. Wo ist ein Huhn? Ich glaube, ich höre ein Huhn. Ja, das macht dich sehr verdächtig. Das macht dich sowas von verdächtig. Wack, wack. So, das ist jetzt mein Zimmer. Das ist mein Spray, mein Zimmer. Raus. Oh, das geht sogar durch. Dein Spray. Ja, dann habe ich jetzt sogar schon zwei Zimmer. Krass. Müsste dann aber eigentlich spiegelverkehrt sein. Hi Reaper! Müsste, ist es aber nicht, also es ist beide meine Zimmer. Ich gehe ab, wenn der jetzt auf mich schiebt. Ja, fängt auch noch an zu schießen. So seid ihr auch hier. Ja, so schön dekoriert. Wie ich gerade die Mündung, wie ich die Mündung noch so schieße, äh, die Mündungsfeuer noch sehe, ne? Und tschüss, Navo. Tschüss. Tschüss. Ach, das ist der Sniper. Oha, Flory hat eine Orange. Ey, Alter! Das ist, äh... Guck mal, so viele Beweise sprechen gegen dich, Flory. Du schwebst davon, hast Orangenärchen. Du hast ein Fenster vergessen, das ist nicht im Ordnung. Das klingt wirklich schon sehr verdächtig. Jetzt hat er noch eine Banane. Ach du Scheiße. Nein, ich habe noch mehr Fenster vergessen. Oh, der hat eine Bananenbombe mit einzelnen Teilen in der Hand. Die kann zuhören machen. Jetzt habe ich eine ganze. Ja, okay. Die fliegen richtig. Nee, 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 nee. Sie sollen Selbstmord begehen, schnell. Mensch, Mann. Und was passiert, wenn ich draufschieße? Uiuiuiui. Das war erst Respekt, Flory. Das war wirklich sehr, ja. Ja. Das ist interessant. Was ist denn da gerade rausgefallen? Alles Fenster. Genau. Lass uns die Fenster in Ruhe. Die an dem Flory. Ja, hört an. Der ist ja nicht dieser Buschiklaus, der hier rumsteht. Was? Ja, boah, toll. Wenn ich von oben nichts sehe, dann muss ich doch eben den Überblick behalten. Das war arschig. Bei mir muss das doch gehen. Ja. Nächstes Mal knall ich dich ab. Seiber, jetzt habe ich den perfekten Überblick. Ja. Ohne Vorwarnung. Ja, Flory, du hast den perfekten Überblick. Ohne WC ist er einfach bot von deinem. Das ist ein Schrank. Reeper, steh wieder nach oben. Hüftst du den ganzen Dronkel? Muss ich die Hälfte umbringen? Au, oder? Nö. Na, wo der Stank ist schon tot. Das ist eine Braumaschine, ne? Ist ja der... Ja, total. Balance, Balance. Ja. Bin angekommen. Ja, so langsam müssen die Traitor mal angreifen. Ja. Und tschüss, ne? Oh, da ist Illuminati-Dreik. Ich seh's gerade zum ersten Mal. Da, 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 da. Oh, ne schöne Dame hier. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht, will ich mir kurz anmerken. CyberWatt ist da ganz hinten und ist mein Hauptverdächtiger. Nur, wer war das? Und ist diese Geschichte wahr? Oder ist sie erfunden? Hey, da wo ist's! Ich hab ein Headshot gegeben. Also, Mann, wenn ich damit nicht prüfen bin, dann sag ich mal was. Ja, ja, es ist... Da hinten ist CyberWatt, der schießt jetzt tatsächlich. Natürlich. Tut mir leid, Navo. Ich hab nicht mal gezielt, richtig. Meine Fresse, weggenutzt, ey. Ich glaub, CyberWatt schießt, oder? Ich will da nicht rausgehen, weil ich hab nur noch 17 HP. Und deswegen geh ich irgendwo rein. Ja, aber der hat doch noch genügend Zeit. Hat der? Ja. Ist doch Heismut Overtime. Er hat doch gerade eben drei Leute weggemacht. Ne, vier Leute sogar. Muss ich mir gerade was überlegen. Und jetzt noch Navo. Sag mal, was ich kaufen könnte. Tatsächlich ist CyberWatt der letzte. Gut. Dann kein Problem. Gesundheit. Ach ja, Gesundheit. Ich dachte, das wären Hinweise und kein... Hier ist der Pain-Train. Oh mein Gott. Aha. Ja, hi Wadda. Ich dachte, ich kopf mal an bei dir. Na wunderbar. Nein! Sehr schön. Alter, hast du ein Fate? Alter. Sag Gott. Aber mein Fate. Was hab ich? Hast du ein Fate gekauft? Ne, ne, ne. Gut, dann... Wann war auch die Fate als Dene? Letzte Runde... Ja. Sammle keine Waffen. Übrigens. Jetzt bin ich in Orange. Ich sag die Orange. Das war so heftig bei mir. Weißt du, ich schieße dich an und in der nächsten Sekunde falle ich schon um. Das war so heftig. Ja. Rifle no Scope. Das witzige Wackel hat mir das AWP einfach nicht getroffen. Weil der zieht auch von, weil der die ganze Zeit rumsteht. Ich hab einfach wirklich nur... Ich wollte eigentlich... Ich hab nicht falsches Sniper in der Hand gehabt. Ich wollte eigentlich mit der Rifle an ihm vorbeischauen, so er merkt, dass ich da bin. Und dann mit der Zeit in den Himmel händlernden. Ich hab genau falsch rum gemacht. Tja, Cyber. Du bist sehr schlecht. Du kannst mich mal... Hey, du bist so ne Scheisse! Wir haben einen Ähnlichrundes, ne. Ich hab dich mal auf, trainiert. Ich hab dich in Trackmania auf und machen. Ich hab dich in Trackmania auch mal ganz. Also, ich bin heute kein Trackmania. Aber ich habia... Also, so hat man auch nicht stolz sein auf Trackmania. Aber ich hab's auch schon mal... Komm, komm komm, komm, komm komm komm! Komm, komm komm, komm komm, komm komm! Ich werde sehr damit verbunden, wie ihr CSGO-Spielen damit du verkackst. Ja ne, aber ich erinnere dich nur ganz kurz. Hey, hier ist ein Viva-Trafailer. Na, wo geht was? Na, wo geht was? Na, wo geht was? Nein! Okay, da sind tote Menschen. SNAE! Nein, nein, nein! Bringt sich da alle um? Ja, sie geben sich Mühe. Wir sind hier in Ecke gesch- wenn ich habe, ist SNAE. Wenn ich sterbe, ist das Exel. SNAE genieß, Leute! Da ist der Dete nur dahinten. Ja, ich bin der Dete. Wir bleiben jetzt hier einfach, SNAE. SNAE ist mit dem Passwort da. Dürfen wir sehr lösen. Ex hat mich umgebracht. Ey, wo hast du mir den Satz nicht so richtig, ich werde das straight-hand gehen. Im Ernst, Julio! Aber wer hat das auf mich geschossen? Julio! Von da oben? Alter, warum schießt du auf mich, Digga? Hm. Darf ich mal Fragen? Nee. Eigentlich. Eigentlich nicht. Jetzt kommt! Das war ich nicht! Das war ich nicht! Ja, ich glaub dir! Ja, ich glaub dir! Ich wusste jetzt einfach, ich wusste schon, warum ich ihn anschieße. Ja, du weißt es nie, Mann! Gib's einfach zu, du, du! Ich wusste es! Was? So lange wie du da oben rumgehockt hast und was zu tun! Gehs und Halt! Aber was machst du eigentlich da oben mit der Leiche? Gehs und Halt! Ander! Meine Güte! Das ist jetzt reich da! 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 Bartel! Ja? Flori, dein Ernst! Oh ne, hier geht's nicht rein! Du hast den D gekillt, ohne Fade! Möglicherweise! Flori! Wenigstens hat er was gekillt! Maul! Ich hab dich auch gekillt! Irgendwie war ich ja gerade schon! Aber auf ganz schön unbändische Weise! Was? Ja, doch! Ich hab dich genehmigt! Tote reden nicht! Verwirrung! Nur weil du immer über jeden Wort verwirrt bist, Exe, und wenigstens hier! Das ist auch so ähnlich, Herr Kollege! Exes Spectator kommt schon durcheinander mit den Leuten! Jojo! Alle Toten bitte jetzt ruhig! Aha! Ja! Hab ich ne Waffenhand? Keine Ahnung! Fuck deine Hand! Irgendwie? Weißt du, ich kann doch nicht auf irgendwelche Steps hören, weil der Typ nebenan jetzt nicht mehr bohrt, sondern hämmert! Ja! Ja! Ach so! Puh! Der Typ hämmert nicht mehr! Er bohrt nicht mehr! Jetzt hämmert der! Ja! Echt, da geht der was auf! Ja! Deswegen ja! Erst bohren, dann hämmern und dann am Ende kommt noch das Nageln! Ja! Ja! Müsst du mal... Ah, hi! Ach so, der ist es! Ah, jetzt kipp dir den Schrank oben! Guck mal, Tappmann! Bevor ich dich umbringe, guck mal, Tappmann war! Ja! Ja, bei mir leben fünf Leute! Oh! Ja! Ach ja! Schau mal, mir gibt's ja noch mit von Getschen! Kannst du mal irgendwie Selbstmord begehen, oder? Ich hab keine Bringpflicht! Was will der Blumenkorb da? Hallo? Mann, dieser ganzen... Ey! Das wär raus einfach! Er hat mich tot gemacht! Kleine Antwort zu deiner Frage, ob ich kein Feld gekauft habe. Ja, ich hab ein Feld gekauft, aber Nabo hat mich getötet. Ich hab da extraimmen kommen, weil der Radcado-Ged, der abknallen wollte. Dann war er... Ich hab mich tot gemacht! Ab Moni! Ach ja! Das war's mit dem Fall. Ich hab dir nichts mehr wieder rein. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.